das wäre cooler wenn man hier schlittern würde ja wenn man so loslässt und nicht mehr läuft, dass man einfach noch ein bisschen rutscht ja genau beziehungsweise wir hätten uns doch den schlitten drucken sollen so ich das hier so sehe ok ich glaube in dem tag ist gar nichts mehr oder jetzt auf einmal ist mein kalt gerade eigentlich mal so erkunden und gucken was hier so passiert friert ihr auch oder? in echt friere ich tatsächlich ja, aber hier in Schnee riecht nicht ne noch nicht ja mir ist kalt ne vorhin die ganze Zeit war nichts jetzt auf einmal ja er denkt sich so ach hier ist ja Schnee jetzt muss ich frieren es hat mir nicht mehr kalt toll ich bin auch hier haben wir vorhin gesehen ja ja jetzt ist mir auch kalt ok hier ist auch nichts ja wieder ein Startgewicht oder was? das ist ne gute Frage hast du recht ja eigentlich hätte er mitzocken können ja ich kann ihn ja noch beitreten wenn er möchte kannst du ihn ja mal fragen wenn er will ja oder oder wo ich bin Der ist kalt. Die hat einen Lachs in der Hand. Die ist kalt, ja. Vor allem Barfuß-Mädel, was ist denn los mit dir im Schnee? Ja, zieh doch mal was an, ey. Soll mal ein richtiges Unterhemmel rüberziehen. Hast du ja auf der Insel keine Hosen mitgenommen oder was? Mann, Mann, Mann. Die Leute haben ihre Fußnägeln. Guck mal, sie schenkt in seinen Fisch. Ich wollt grad sagen, wo wir den Fisch hinstecken, ja. Da, wo sie die Knarre immer rausholt. Wahrscheinlich, ja. Kann ich dir irgendwas geben noch? Mhm. Wo könnte das denn, ja? Nee, kann ich nicht. Wir hätten ihm übrigens zu Anfang folgen müssen. Hä? Weil sie uns zu einer Sache geführt hätte. Wie ganz schön gewesen dir. Sex? Um Schaufel? Keine Schaufel. Puh. Ach, Eggi. Die Heizung geht übrigens wieder nicht. Klassiker. Was? Hä? Ja, ja, wo geht die denn hin? Voll gesehen. Ja, ich auch. Okay, ich bin jetzt einmal in die andere Richtung. Willst du hin? Den oder wohin wolltest du? Na klar, da werden wir wieder raus hier. Wir werden mal was anderes sehen als Schnee. Nee, weil ihr geht da eigentlich zu der Insel, äh, zu der Höhle, wo wir schon waren, oder? Ja, ja, ich bin hier nur. Ich hab nur geguckt am Ziel, wo alles da rausgeht. Ach, der guckt doch heute nur rein, gibt er mal, ne? Vielleicht beim nächsten Mal. Ich kann ihn mal schreiben bei, bei InSquad. Also ihr das Gebiet, wo ich gerade hinloch, da waren wir glaube ich noch gar nicht, oder? Okay, ist richtig. Okay. Oh, leider wird's jetzt dunkel. Das war total schleppig. Ja, weiß nicht, warum wir durch die Nacht einfach laufen, oder, ähm... Ja, unter Energy. Ja, mir ist egal. Das ist egal. Aber wenn es euch zu dunkel ist. Ich glaube, wieviele Batterien hab ich noch? Zwei? Zwei Batterien hab ich noch. Hast du den Bildschirm heller? Haha. Ich sag, ich glaube zwei würde denen rechnen. Ich füge ganze Nacht. Oh, die ist auch gleich alle, die ich habe. Ja. 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 Ich will aber tagelang die Pandemie nur von Energy ernähren. Das ist nicht gut. Sie können's halt. Sie können's halt. Heißt du, was ich bringen will? Das sind echt. Ja. Was, außer Karies, oder? Ja. Diabetes, hör. Ja. Hehehe. Hehehe. Auf jeden Fall nichts Gutes. Ich muss mal das Ding nehmen hier. Kann schon davon reden. Hehehe. Ja. Und ab und weiter mit. Hehehe. Ich werde die Ballräume aus. Ja. Bist du da runtergekommen? Plan. Traugst du nicht? Oh fuck. Ich hör mal hier ganz kurz das Licht aus. Bei den Pink hier am Strand war er noch nicht, oder? Oder doch? Doch, war's. Taschen am Boot, Handy geht nicht. Mein Gott. Äh, doch, ich glaube, mit dem Trick geht das. Ja. Warte. Ich bin einfach unter dem Wasser geglitscht. Hm. Oh, ne, doch, ne, ich mach da auch immer nicht mehr an. Ja, da hast du doch unbelegte Taste schon den Gebrauchsgegensteller. Da hättest du das dann automatisch über die Taste dann raus. Weil ich dachte, ich meine, die läuft da hinten. Ja, ach so. Na, warte mal. Ja, wo bin ich denn hier? Ja. Ich bringe ihn einfach runter. Ich bringe ihn im Wasser. Ich bringe ihn im Wasser. Ach. Okay. Ne, er hat mich nur ganz so gestört, dass er mit seiner Taschlampe so rumwackelt. Aber wenn du was mit einer rechten Hand hast, dann hält er die ein bisschen besser. Wenn du den klar in der Hand hast, dann hält das richtig gut. Hm. Dann hält er das auch nicht in der Fresse, sondern. Ja, er hat mich ja schon eingeholt. Warum kurz schiffen? Oh, tatsächlich. Fuck, meine Zeitsteine ist alle. Oh, sch... ...ich müsste aufstehen um hier eine neue zu holen. Was ist alle? Ich bin gar nicht. Meine Zeitsteine. Einen. Oh, da. Sind wir hier schuld? Ich komm. Ich bin weg. Ich bin weg. Nee. Oder? Nee. Glaube nicht. Wieso, was ist da? Zelte. Hatte es auf eine Höhle gehofft. Nee, das hätte ich ja dann... Das wäre schon gewesen. Es gab nur die eine große Höhle, mehr gibt es hier nicht. Ja, der Rest kommt erst noch. Ist ja über die Axis, ne? Na ja, sind wir noch die Zelte, die man nicht speichern kann, ne? Hallo? Nutzen? Doch. Doch, hier waren wir, ja. Ja, hier waren wir. Ja, ach kacke, ich bitte. Ja. Dachte, ich bin in die andere Richtung gelaufen. Oh, so ein Happy Meal essen hier. Oh ja, lecker. Am, 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 am. Menü 18. Was, was für ein Spielzeug war dabei? Äh, ne Quitschhände. Oh, geil. Wut sie sauer. Aber ne rote. Na, die Quitschhände sind wut sie sauer. Ja. Ja. Oh, fuck. Ich hoffe, wie lange auf einmal stehen fünf Typen hier neben mir. Na, gucken wir dir das nochmal an. Oh, Alter, die Energie hier wieder schon wieder. Okay, die haben mich... Ich fühl mich irgendwie. Das habe ich vielleicht ohne Sicht. Der Ball hat hier schon wieder rum. Echt? Ach, Kugeln sind alle scheiße. Egal, haumsame Tourte. Mh. Ha! Das ist ein bisschen... Was war das für ein Geräusch? Ach, denk auf, Fisch. Ich habe gefurzt. Du gefurzt und das macht... Was? Du warst aber ein männlicher Furz. Ich war nicht von so Uhr erst. Ach so, im Spiel. Ah, ich glaube wir brauchen hier wieder eine Schaufel. Hm. Ja. Hm. Hm, hau. Hm, so... Wie ich sind. Hm. Ah, ich glaube, wir als erstes der Schaufel uns Keycard suchen sollen, danach die sind der Kunden. Boah, ich glaube, wir finden die Keycard bestimmt erst mega spät, oder? Keine Ahnung. Das weiß ich, wer weiß. Gucken wir uns jetzt einmal alles an und gehen danach raus und so wieder hin. Aber jetzt weiß ich auch, wo wir überall Golf-Cards sind. Hier ist wirklich ein Golfplatz. Stimmt, ja. Vielleicht finden wir hier die Schaufel. Ja, ich mein, um so einen anzulegen, braucht man noch eine Schaufel. Oder einen Bagger, der wäre natürlich noch geiler als eine Schaufel. Ja, wir würden mit dem Cut hier rumfahren. Ein Kran vielleicht noch? Ach, der braucht es aber noch runter. Ich geh noch an. Auf einmal wird das der Bausimulator, ja. Ja, der muss irgendwie auch noch mit rein. Kann ich hier eigentlich den Helm aufsetzen? Oder ist der immer noch so durchsichtig? Aber der ist immer noch durchsichtig. Helm? Ja, hier guck im Stream, mein Bauhelm ist durchsichtig. Ach so. Falt mit Farbe, ne? Eigentlich nicht, der ist gelb. Jaja, ist halt... Ja, gelb ist halt 50% grün, ne? Ja, das ist halt doof. Ich glaube, wir wollten nur aus der gesamten Insel einen Golfplatz machen, so wie das hier aussieht. Hm. Na, einmal stand doch auch was vom Golfplatz. Vielleicht wollen sie wirklich eine komplette Insel, so eine private Golf-Insel machen. Die Tür quietscht aber ganz schön. Ja, wir wollen dann auch mal weg. Ja, ich glaube, das ist ja lüblich. Das ist ja lüblich. Sollte. Das war's. ich mach mir ganz kurz stehen dermaßen auf den sack jetzt ein bisschen weiter runter da hast du was mir gar nicht mehr angezeigt ja ich bin in kognito unterwegs eigentlich sprinte ich die ganze zeit ich habe kein licht vielleicht deshalb gegen mich auch ignoriert aber da geht halt im dunkeln nicht aber wirklich noch keine höhle außer also keine von keine nicht markierte höhle außer der ganz am anfang gefunden oder ja und die eine ja und die eine da äh das ist so und wir dachten wir mit der seilrutsche weiter kommen da aber die war auch nicht markiert diese kleine sehe ich so viel besser ja mit dem loch oben wo wir meinen das ist ein ausgang ach so das ja stimmt ja das war ein bestimmten ausgang weißt du wenn die hier einen golfplatz angelegt haben ist keiner auf die gekommen auch vielleicht mal ein haus auf die anzulegen oder mal so ne ein klub sagt er ne abendfreunde da wird doch gezeltet ja ja schlafen zelt und ein golfspiel ne ja und dann isst man menschenfleisch auf einmal ganz lustig und dann drei beide das ist wirklich ne ganze menge ne ganze menge nichts hier gibt's nicht mal scheiße Sir ich will erstmal wieder energieriegel reinballern die guten wer braucht schlaf wenn er energieriegel hat ach das können wir auch mal ein ach komm ein geht da geht noch einer da geht noch einer haaa so függ'n der ist die cheste jetzt die gucken einen echt nur an wenn man keine taschenlampe hat und im dunkel an den vorbeiläuft aber ich habe ein gps in der hand und nackst ja gut ich meine wieder hin und wieder esse ich ja auch mal so eine schöne so ein schönes schöne menschenhaxe ja siehst du passt also eine schöne hinterhüfte also wie lange die hier nicht auf so ein wendigo wirst zum was? zum wendigo schönes steißbein essen zum wendigo ist es zwei gräber? was ist da? zwei gräber wie kann man ihn auch ausgraben ah ok also haben wir eine schaufel was ist denn auch gut? oder den bagger oder den bagger ja ja doch den würde ich auch nehmen das wäre so witzig wenn er wirklich im bagger steht aber brauchten sie ja um den ganzen sand hier muss ja die ganze maschine wie kann man den hüllen so komischen hightech labore einrichten mit 3d druckern? hm die draußen? und draußen nichts nichts ist hier vielleicht war es halt ein geheimlabor ja das labor ist doch nur das aus dem ersten teil dachte ich oder? weißt du nicht ob du so den ersten teil zusammenhängt? nicht? oh ja keine ahnung die frage story technisch hat man jetzt noch nicht viele informationen gekriegt hm ja ne 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 weil ursprünglich hat er ja gesagt das soll die zweite inseln zweite hälfte der insel sein aber sind ja auf einer kompletten insel also kann es ja nicht sein und ja angeblich der typ der sohn ist von dem ersten teil ja dachte ich auch was das so ist aber das wurde am ende angekündigt eigentlich aber wahrscheinlich ist das der endgegner der timi ach ja erzählen mir was Flo bist du da näher? komm mal her ja warte ich mach den mal kurz weg ja das ist nur so ein normaler ich dachte jetzt nicht mehr ein doppelter hinter dir so was denn? ne alles gut ich dachte das ist ja ein großer gegner deswegen oh da sitzt doch einer ja der Schild hier ja der Schild hier wachst du denn da? Mittagspause wachst du? oh es sind ein paar mehr geworden einfach Licht ausmachen ich weiße ich guck mich an aber boah ey hier unten am strand ist wirklich nicht mal scheiß nur steine sind hier mhm ich geh hier auch hin steine junge steine ja du bist mittiger weit weg oder? ach ne da hinten bist du wieder ok nein nicht das buch dachte du bist schon die ganze zeit in die andere richtung in den strand lang gelaufen ich hab nen Golfschläger ein Golfschläger? echt? geil hey ich hab nen Golfball willst du ein bisschen Golf spielen? ne Golfbike hat zu viele Schleuderblots flottes das ist einfach nur ein Golfsimmunerator das spielen hehehe hooooh echt ist echt ok ja er macht sogar die animation wenn er gedrückt hat bloß mal hier ist ein Golfball warte ja ich will auch den Golfschläger haha ok da muss ich den Golf machen kennt ihr da ne Machu setzen? ja kommt her ja achso warte ich packe jetzt Helton yo hold in one nein nein kein so Zelt steht warum ist der Golfball nicht da wo der Pfleger ist? weil du das ja nicht zusammennutzen sollst du sollst den Golfball ja für den Schleuder nehmen ich will den aber zusammennutzen weiß ich kann den da vor den Kopf hauen? ja wie viel Uden du ja ja ich könnte dir nochmal ne Rüstung machen oder? ach ne kann ich nicht wir könnten mal ein Feuerchen hier machen oder? ja mach mal wie geht das? ein Stock den zerbrichst du da dann hast du ein Feuer noch kein Feuer gemacht hast du überhaupt schon was gebaut? ja aber kein Feuer außer der Mauer das war 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 das war